Hallo und herzlich willkommen zu diesem weiteren Jurassic World Evolution 2 Video, denn jetzt sind auch endlich die Patchnotes draußen für das Update 4 und dort sind auch noch einige interessante Dinge drin, die sich geändert haben, die möchte ich mir in diesem Video mal mit euch genauer angucken. Ich skippe jetzt mal die Sachen, die wir schon gesehen hatten. Wir gehen jetzt mal direkt hier hin, denn die Parkteams können jetzt auch Dinosaurier aufwecken. Das habe ich mir eigentlich immer gewünscht, weil sonst musste man die halt immer einmal transportieren und irgendwo anders abladen, damit die wieder aufwachen. Deswegen, jetzt gibt es auch einen Pfeil, den man verschießen kann und einstellen kann, mit dem man die Dinosaurier wieder wach bekommt. Finde ich sehr, sehr cool. Und es ist auch wirklich so, das hatten wir auch schon herausgefunden, dass man jetzt mit der Drohne in der Lagune und im Aviarium fliegen kann oder fahren kann. Und die können auch diese Funktion hier alle, eigentlich alles, was man braucht, betäuben, aufwecken, Medizin verabreichen, Fieder auffüllen, Fotos machen und auch diese Scans, ob es den Dinos gut geht. Das können die alles. Dann haben wir einige Dinosaurier-Verhaltensänderungen. Da gibt es einmal natürlich die Flugsaurier, die jetzt Helikopter angreifen können. Hier habt ihr eine Liste von denen, die das können. Das können halt alle außer die kleineren Flugsaurier, so wie zum Beispiel der Tapijara oder der Demorphodon und auch der neue Barbaridactylus, der kann es leider auch nicht. Dann haben wir dann auch noch eine zusätzliche Lebensanzeige beim Helikopter, logischerweise, weil da kann jetzt wieder angegriffen werden. Und wenn der zerstört ist, dann muss der zurück zur Station fliegen und dort repariert werden. Leider stürzt er nicht ab, hätte ich mir sehr gewünscht. Also ist der Abstürz und die wie explodiert oder so. Dann gibt es auch noch einiges an neuer Dekoration. Das ist wirklich eine lange Liste, wie ihr sehen könnt. Da habe ich euch die meisten auch schon gezeigt, also gerade so die Lagunendeko und so, die habe ich euch gezeigt in dem anderen Video. Aber es gibt ja auch noch einige Sachen, die ich euch nicht gezeigt habe. Deswegen gehen wir jetzt mal ganz kurz in-game. Und wir haben da einige Jurassic Park Sachen neu bekommen. Unter anderem diese vier Jurassic Park Banner. Alle mit coolen Motiven. Dann haben wir auch noch ein Jurassic Park Licht. Das dürft ihr nicht verwechseln mit dem, was vorher im Spiel war, dieses hier. Sieht relativ ähnlich aus, ist aber wesentlich größer. Und auch anders von der Form. Also das rechte war schon im Spiel. Das hier ist neu. Dann haben wir jetzt auch die Jurassic Park Toilette bekommen. Aus dem ersten Jurassic Park Film. Und auch ein neues Spinosaurus Schild im Jurassic Park Style. Also diese Sachen sind noch dazu gekommen. Das waren die Sachen, die ich euch gerade gezeigt habe. Und das hier sind die Lagunen Sachen, die habe ich euch schon im gestrigen Video vorgestellt. Und diese Sachen auch. Also das hier sind zum Beispiel die Sachen, die neu sind bei den Läden, was man da so vorplatzieren kann. Da kann man ja immer so ein bisschen Dekor auswählen. Damit sind diese Sachen hier gemeint. Sind auch einige. Und dann kommen wir zum Capture-Modus. Das habe ich euch auch schon gezeigt. Da gibt es jetzt ja diese Postkarten und Stempel. Und jetzt wird es nochmal interessant. Quality of Life Changes. Die Liste des Lang, wie ihr sehen könnt. Da zeige ich euch jetzt auch nochmal die interessantesten Sachen. Bei den Beobachtungspunkten für die Gäste kann man jetzt auch die Sitzpositionen ändern. Mit E und Q. Seht ihr unten links. Da kann ich mich jetzt umsetzen an verschiedene Positionen. Auch mal ein bisschen höher sitzen in der Galerie. Und ich kann auch mit G das Hut ausblenden. Das heißt, hier hat man dann freie Sicht. Und dass die Scheibe hier zum Beispiel klarer geworden ist bei den Unterwasserdingern. Das habe ich euch ja schon gesagt. Und auch das Wasser. Aber schon ganz cool, dass man hier wechseln kann. Das Ganze funktioniert auch bei zum Beispiel Türmen. Da könnt ihr dann auch mal seitlich rausgucken. Und auch hier natürlich das Hut ausblenden. Und auch zum Beispiel bei Hotels. Da geht das auch. Da kann man dann auch in verschiedene Richtungen gucken. Das sind sogar vier Kameraperspektiven. Beim Amphitheater schauen wir natürlich auch nochmal schnell rein in die Ansicht. Da gab es vorher nämlich gar keine. Kann man dann auch schön durchschalten. Ich glaube fünf Stück oder sechs. Ich glaube fünf verschiedene Ansichten sind es. Dann kann man jetzt Jurassic Tour in beide Richtungen miteinander verbinden. So, jetzt hier direkt mal nochmal eine zweite Station. Also vorher ging es halt nur so, wenn die gleich rumstanden, dann konnte man das rechte hier in das linke verbinden. Also das war standardmäßig. Aber jetzt kann man zum Beispiel auch, wenn dann diese Jurassic Tour andersrum steht, die beiden miteinander verbinden. Das ging vorher nicht. Das Problem hatte ich halt in meinem letzten Parkbau-Projekt auch. Da muss ich dann immer ganz umständlich bauen. Das ist auf jeden Fall eine super Änderung. Jetzt kann man da wirklich frei bauen, wie man möchte. Außerdem kann man jetzt auch endlich die Richtung der Fahrzeuge einstellen. Vorher war es ja immer so, dass die immer auf einer Seite rausgekommen sind, in die Richtung gefahren sind. Also meistens im Uhrzeigersinn. Jetzt kann man auch das Ganze gegen den Uhrzeigersinn einstellen. Und ich glaube, die Fahrtrichtung müsste auch auf der Tour zu sehen sein. Das steht zumindest in den Patch Notes. Probieren wir mal schnell aus. Ja, da sieht man es mit dem Pfeil. Ah, okay. Immer wenn man so connectet in eine Station, sieht man die Richtung. Dann wurde auch noch der Jurassic Park 3 Terranodon-Skin angepasst. Das ist hier der linke. Der ist so ein bisschen vom Scaling angepasst worden. Also der ist ein bisschen bulliger, so vom Körper. Wenn ihr gerade mal hier so auf den Teil achtet, da sieht man auf jeden Fall schon einen Unterschied. Der rechte ist halt der Standard-Terranodon. Ja, der ist auf jeden Fall ein bisschen bulliger. Dann gibt es jetzt auch noch eine höhere Wahrscheinlichkeit, dass in kalten Biomen wie Alpin und Taiga dann öfter diese Negativ-Eigenschaft Hunger auftritt. Also es gibt immer so ein paar Negativ-Eigenschaften, die bei den Genomen auftreten können, bei den Dinos, wenn man die ausbrütet. Und ja, in den kalten Biomen ist es jetzt zum Beispiel Hunger. Nur, dass es wahrscheinlicher ist. Und in der Wüste, da ist es dann der Durst. Dann wurden auch noch einige Kohabitationsanpassungen vorgenommen. Die seht ihr unten, also die lese ich jetzt mal nicht alle vor. Die Liste hier ist das. Ihr könnt gerne pausieren und euch das durchlesen. Da gibt es dann halt einige Arten, die sich mit anderen vertragen. Und dann hier auch noch Ausnahmen und sowas. Könnt ihr gerne Pause drücken und euch das schnell durchlesen. Wir gehen weiter direkt zum nächsten Punkt. Es ist nämlich jetzt so, dass Territorien, die nicht gebraucht werden, weil die uninteressant sind für den Dinosaurier, schneller wieder verschwinden. Also das Territorium wird dann sozusagen wieder freigeben für andere Spezies. Und das funktioniert jetzt alles ein bisschen schneller. Und wenn zwei Dinosaurier um ein Territorium kämpfen, dann wird direkt das Territorium von dem Verlierer auch weggenommen. Der Punkt hier ist auch nochmal ganz interessant. Denn es gibt auch Spezies, die nicht untereinander kämpfen. Und um dann den Alpha der Gruppe rauszufinden, wird das Ganze dann mit sozialen Interaktionen gelöst. Als halt mit Kampf, weil es halt bei manchen Spezies nicht der Fall ist. Und Flugsaurier bekommen jetzt auch wieder Ausdauer wieder, wenn sie essen oder trinken. In den Sandkasteneinsteinen gibt es auch noch einige neue Einstellungsmöglichkeiten. Gerade hier auch, was die Genmodifikation angeht. Da kann man dann zum Beispiel Negativgene auch machen. Und auch so viele, wie man möchte. Dann gibt es hier auch diese Saurier-Kohabitationseinstellung, die habe ich euch auch schon im anderen Video einmal gezeigt. Und es gibt hier auch zum Beispiel noch, wo war das? Bei Park. Genau, hier kann man dann den sofortigen Abbriss oder Bau einstellen. Wenn man Wege platziert, gibt es jetzt hier auch eine neue Funktion, nämlich Überfüllungsanzeige. Die kann man einschalten und dann wird einem gleich angezeigt, ob die Wege halt zu schmal sind oder sowas. Dann kann man direkt während des Bau darauf reagieren, weil man es halt sieht. Also wenn die jetzt zum Beispiel zu schmal wären oder zu wenig Wege, dann wird es halt rot angezeigt werden. Hier ist jetzt alles gut. Aber wenn es einen nervt, kann man es auch ausschalten. Das ist auf jeden Fall sehr praktisch. Wir haben auch noch eine neue Funktion, was die Wissenschaftler angeht. Nämlich kann man jetzt mit der R-Taste das Ganze hier refreshen. Das heißt, man kriegt dann eine neue Liste von neuen Mitarbeitern. Hier oben sieht man, glaube ich, auch die Gesamtwerte der Fähigkeiten. Und dann kann man sich halt andere aussuchen. Das hat aber auch einen Cooldown. Ihr seht jetzt hier zum Beispiel 6 Minuten 9. Müsste man warten, bis man das wieder machen kann. Und dann gibt es hier auch noch wieder einige Bugfixes, also einige Fehler, die behoben wurden. Ihr seht halt, die Liste ist lang. Ich gehe jetzt nicht alles durch. Ich versuche euch halt so die, in meinen Augen, wichtigsten Punkte zu zeigen. Wenn da noch irgendwas bei ist, was ich vergessen habe, schreibt es gerne in die Kommentare. Aber es geht hier sogar noch weiter. Denn wir kommen jetzt hier auch noch zum Dominion Biosyn DLC. Da wurden auch noch einige Sachen geändert. Da gibt es jetzt zum Beispiel auch hier diese Außendeko im Biosyn Design. Diese kupferfarbenen Sachen. Ich glaube, das sind einmal die Lampen. Das sind die Springbrunnen. Und sind das die Skulpturen mit dem Terranodons? Könnte sein. Auf jeden Fall, ihr könnt ja dann selber mal die Liste durchgehen. Und hier sind auf jeden Fall einige neu, was diese Außendeko angeht. Ist halt auch immer schwierig einzuschätzen, was jetzt neu ist und was schon da war. Ansonsten sind hier halt auch noch ganz viele Bugfixes. Zum Beispiel wurde auch hier vom Demetrodon die Liste überarbeitet, was der Dinosaurier der mag und was der nicht mag. Und es gibt zum Beispiel jetzt auch einige Animationen von dem Terricinosaurus, die halt ein bisschen verpackt waren. Die wurden auch gefixt. Dass es einfach keine Animation war. Ich verlinke euch das Ganze auch nochmal unten in der Videobeschreibung. War jetzt wirklich eine lange Liste. Ich wollte eigentlich erst gar kein Video dazu machen. Aber da waren schon noch sehr interessante Sachen bei. Deswegen habe ich jetzt nochmal das Video schnell für euch gemacht. Ich hoffe, es hat euch gut informiert. Falls ja, lasst ein Like da. Unten in der Videobeschreibung ist dieser ganze Artikel dann nochmal verlinkt. Dann könnt ihr euch den in Ruhe nochmal durchlesen. Ich wünsche euch jetzt noch einen angenehmen Tag. Macht's gut, haut rein. Euer Dandi.